Yes! Wir sind hier bei Backus Film in Köln und Grüße gehen raus an die Tribute von Panem Fans. Ich dreh jetzt den Film, ich hab's übernommen. War einfach keine andere Möglichkeit da. Das musste ein Profi machen, der sich mit den Büchern auskennt. Und ich versichere euch, ich mach das Beste draus. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Wir sehen uns. Bis dann!